Musik Das, meine Damen und Herren, ist 04 Plus am Freitag, dem 24. Mai, dem Magazin für die Landkreise Nordsachsen und Leipzig. Herzlich willkommen. Das Thema erneuerbare Energie ist nicht mehr wegzudenken. Und in Brandes, da soll noch mehr Windenergie gefördert werden. Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen von den Bewohnern, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Betreibern. Darüber kann man natürlich diskutieren und das tut man auch wie in Brandes geschehen. Das Vorhaben zur Errichtung von Windenergieanlagen im Brandeser Ortsteil Waldpolens auf einem städtischen Grundstück wird zwiespältig gesehen. Die Stadt Brandes möchte dahingehend frühzeitig in die Kommunikation und in den Austausch gehen und hatte dazu nach Beschluss im Stadtrat eine Einwohnerversammlung anberaumt. Am 16. Mai folgten dieser Einladung rund 200 Personen aus Brandes, aber auch den umliegenden Gemeinden, vor allem aus Machern, denen es hier an Aufklärung fehlt. Thema der Einwohnerversammlung war der Gestattungsvertrag der Stadt Brandes an das Unternehmen Juwi GmbH zur Errichtung und zum Betrieb von maximal vier Windenergieanlagen auf städtischen Grundstücken. Über das Vorhaben und die einzelnen Projektschritte informiert die Unternehmenswebseite im Detail. Die Einwohnerversammlung war so gestaltet, dass sowohl das Unternehmen als auch die Bürgerinitiative Gegenwind Waldpolens und Umgebung Raum zur Präsentation und Information haben. Auch auf dem Podium konnten alle Seiten, Stadt, Unternehmen und Gegeninitiative Platz nehmen, um ein ausgewogenes Meinungsbild darlegen zu können. Zu Beginn führte Bürgermeister Arno Jesse die Intention der Stadt und den bisherigen Weg aus. Es ginge um das Wohl der Stadt und in dem Entscheid ausschließlich um die Gestattung, dass das Unternehmen den langen Prozess zur Errichtung von Windenergieanlagen mit all seinen genehmigungsrelevanten Auflagen anschieben kann. Ob die jeweiligen Genehmigungen überhaupt erfolgen, zeigt sich dann im Prozess, wofür jedoch zuerst die Gestattung erfolgen muss. Für ihn sei es fahrlässig, einfach abzuwarten. Rechtliche Rahmenbedingungen können nicht geändert werden. Noch können Kommunen im Rahmen der Flexibilisierungsklausel Einfluss auf die Standorte von Windenergieanlagen nehmen. Bis Ende 2027 müssen die Länder wie Sachsen laut gesetzlicher Grundlage zwei Prozent der Bundesfläche für Windenergie ausweisen. Momentan sind es in Sachsen 0,3 Prozent. Nach Ablauf dieser Frist sei überall unter Einhaltung gewisser Vorgaben ein Bau möglich. Durch den Bau auf städtischem Grundstück kämen der Kommune die Einnahmen aus dem Betrieb zugute, demzufolge der Brandeser Bevölkerung. Das Unternehmen Juwi bedankte sich, hier in Austausch treten zu können. Denn Kommunikation und solch relevanten Vorhaben sei wichtig. Leiter der Akquise Ost, Carsten Tietz und Dr. Elisabeth Jürschke, Leiterin Projektentwicklung Wind, informierten über das Vorhaben und gaben Antworten auf die gestellten Fragen. Sachsen sei zum Beispiel das letzte Bundesland, welches sich der Bebauung in Wäldern öffnete. Die Forstbehörde stuft die vorgesehene Fläche als tauglich ein. Sie gingen auf technische Details und Beteiligungsmöglichkeiten ein. Dass eine Kommune ein solches Grundstück besitzt, sei selten. Das Unternehmen freue sich, dass bei einer möglichen Umsetzung des Projektes die Kommune hier Nutznießer sei. Die Bürgerinitiative freut sich über das große Interesse der Bürger an der Thematik, auch unabhängig dieser Einwohnerversammlung. Eine Petition hat bereits über 3000 Unterschriften gesammelt. Ziel der Initiative ist es, Windkraftanlagen im gesamten Stadtgebiet und Umgebung zu verhindern. Die Naturlandschaft soll hier erhalten werden, eine weitere Zerstörung werde für nachfolgende Generationen nicht akzeptiert. Man lehne es ab, Windenergieanlagen inmitten von Kulturlandschaften zu errichten. Warum nicht in ehemaligen Tagebaugebieten oder auf Flächen, die nicht revitalisiert werden können? Außerdem seien aus ihrer Sicht Windenergieanlagen betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Fragen, die innerhalb der vergangenen Stadtratssitzungen gestellt wurden, führte Bürgermeister Arno Jesse hier auf. Daraufhin folgten Fragen der Anwesenden sowie Meinungsäußerungen. Einige halten das jetzige Handeln für vorauseilenden Gehorsam. Man hoffe darauf, dass Gesetze, die laut eigenen Aussagen unvernünftig sind, mit der kommenden Regierung revidiert werden. Panikmache sei falsch. Es gäbe andere Flächen, die dünner besiedelt sind. Gegen Ende der Sitzung, deren anberaumte zweistündige Dauer sich aufgrund der Vielzahl an Fragen und Sorgen um eine weitere Stunde verlängerte, wurden die Diskussionen teils auch hitzig. Die Auswirkungen des Vorhabens beschäftigen vor allem die naheliegenden Anwohner in Brandes und auch Machern sehr. Die Meinung der Mehrheit der Anwesenden war anhand der Reaktionen klar. Windenergie werde hier nicht gewünscht. Fraglich ist, wie das die Mehrheit der Stadt Brandes bzw. die Stadträte sehen. Im kommenden Stadtrat steht der Punkt Bürgerentscheid auf der Agenda. Der Stadtrat entscheidet, ob es zur Entscheidung über den Gestattungsvertrag einem Bürgerentscheid geben soll. Bei Zustimmung wird dieser im Zuge der Landtagswahl stattfinden. Bei Ablehnung erfolgt die Entscheidung darüber innerhalb des Stadtrates. Herzlich Willkommen zu den Nachrichten, hier die Meldungen. Netzwerk Landkreis Leipzig inklusiv und Landeszentrale für politische Bildung informieren zu Wahlen. Das Netzwerk Landkreis Leipzig inklusiv und die Landeszentrale für politische Bildung haben kürzlich eine Informationsveranstaltung zum Thema Wahlen organisiert. Menschen mit Behinderungen konnten sich in leichter Sprache über Wahlen informieren und ihre Fragen stellen. 35 Teilnehmer nutzten begeistert dieses barrierefreie Angebot. In Kleingruppen tauschten sie sich anschließend zu politischen Themen aus. Eine zweite Veranstaltung Ende Mai, die bereits ausgebucht ist, bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern ins Gespräch zu kommen. Diese Veranstaltungen fördern die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Frühjahrskonjunkturumfrage der sächsischen IHKs. Wirtschaftlicher Aufschwung bleibt aus. Die Frühjahrskonjunkturumfrage der sächsischen Industrie- und Handelskammern zeigt eine leichte Verbesserung der Geschäftserwartungen, doch die wirtschaftliche Erholung bleibt aus. Der IHK-Geschäftsklimaindex stieg, jedoch bleibt die Geschäftslage aufgrund hoher Kosten und schwacher Nachfrage angespannt. Besonders kleine Unternehmen sind von Eigenkapitalrückgängen und Fremdkapitalbelastungen betroffen, mit 3% in Insolvenzgefahr. Während die Industrie und das Baugewerbe mit negativen Erwartungen kämpfen, zeigt das Dienstleistungsgewerbe eine leichte Verbesserung. Der Handel und das Verkehrsgewerbe bleiben stark belastet durch hohen Kostendruck und zurückhaltende Nachfrage. Insgesamt spiegeln die Ergebnisse eine stagnierende bis schwache Wirtschaftsentwicklung wieder, ohne Anzeichen eines nachhaltigen Aufschwungs. Grimma. Baubeginn der Gödestraße verzögert sich. Voraussichtlich ab dem 3. Juni starten die Arbeiten. Die Verzögerung ist auf Einschränkungen der Umleitungsstrecke zurückzuführen. Während der Bauzeit wird die Gödestraße abschnittsweise voll gesperrt. Begonnen wird zwischen der Beiersdorfer Straße und der Lessingstraße. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Bau wird in zwei Teilabschnitten durchgeführt. Der Bauabschnitt zwischen der Siedlerstraße und dem Kalkberg folgt im Jahr 2025. Die Gesamtlänge der Sanierung beträgt etwa einen Kilometer. Die Fußwege werden mit Betonpflaster einheitlich gestaltet. Für die Sanierung sind Gesamtausgaben von 2,2 Millionen Euro vorgesehen, wobei 75 Prozent aus dem kommunalen Straßenbaubudget des Freistaates Sachsen stammen. Die Stadt Grimma stellt die Eigenmittel in Höhe von 540.000 Euro zur Verfügung. Mietvertrag unterzeichnet VHS bezieht 2026 den unteren Bahnhof Delitzsch. Am 3. Mai wurde der Mietvertrag zwischen dem Landkreis Nordsachsen als Träger der Volkshochschule und der kommunalen Wohnungsgesellschaft Delitzsch als Eigentümerin des unteren Bahnhofs unterzeichnet. Landrat Kai Emanuel und Geschäftsführer André Planer setzten ihre Unterschrift in Anwesenheit des Delitzer Oberbürgermeisters Manfred Wilde. Dies markiert einen bedeutenden Schritt für die VHS, die ab 2026 ihre Geschäftsstelle in dem zentral gelegenen Gebäude einrichten wird. Nach langjähriger Suche nach einem geeigneten Standort wird der untere Bahnhof nun zur Heimat der VHS Nordsachsen. Dank der engen Zusammenarbeit mit der WGD kann der Umbau des historischen Bahnhofsgebäudes im Juni beginnen, um den modernen Anforderungen gerecht zu werden. Landrat Emanuel lobte die Vorteile des neuen Standortes und die Kooperationsbereitschaft der WGD. Breitbandausbau in Eilenburg, Rückzug der Deutschen Giganetz. Die Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Eilenburg und der Deutschen Giganetz GmbH zur Realisierung eines eigenwirtschaftlichen Glasfasernetzausbaus ist gescheitert. Trotz Bemühungen und Unterstützung seitens der Stadt erreichte man lediglich eine Vorvertragsquote von 15%. Gründe dafür waren unter anderem die ausreichende Leistungsfähigkeit des bestehenden Kupferkabelnetzes, unzureichende Überzeugungsarbeit für die Vorteile eines Glasfasernetzes sowie Kritik am Vertrieb und an der Beratung. Die Giganetz zog sich nun zurück. Die Stadt sucht nun nach neuen Partnern für den Glasfaserausbau, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Interessierte können sich auf der Webseite der Stadt über weitere Entwicklungen informieren. Auch bei uns ganz in der Nähe in Wermstorf in der Hubertusburg im dortigen Krankenhaus haben die Nationalsozialisten damals ein Euthanasie-Programm durchgeführt. Daran wurde jetzt gedacht, Sie kennen vielleicht schon die Stolpersteine. In der Hubertusburg gibt es jetzt eine Stolperschwelle. Vor der Rezeption des Fachkrankenhauses Hubertusburg am Nachmittag des 7. Mai in Wermsdorf. Musik erklingt, Reden werden gehalten, Menschen gedacht. Eine Stolperschwelle für die ehemalige Landesheil- und Pflegeanstalt Hubertusburg wird verlegt, um an Verbrechen und Opfer der NS-Euthanasie zu erinnern. Hinter NS-Euthanasie steht mit der Aktion T4 der systematische Massenmord an tausenden kranken und behinderten Menschen während der Zeit des NS-Regimes. Dazu gingen 15 Schülerinnen und Schüler der 10. bis 12. Klasse des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Hubertusburg auf Spurensuche. Das taten sie ein Jahr lang, in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Erich Zeigner Haus e.V. Im Rahmen der Stolperschwellenverlegung berichteten die Schülerinnen und Schüler über ihre Recherchen. Wir haben uns meist einmal in der Woche bis einmal aller zwei Wochen nach dem Unterricht getroffen und haben uns dann zuerst mit der Ideologie beschäftigt, dann anschließend historische Dokumente etwas ausgewertet, wo wir uns wahrscheinlich auch noch mal bei dem Heimatverein und der Klinik bedanken müssen. Und dann gab es natürlich ein paar Exkursionen nach Pünner-Sonnenstein, war so die mit Lehrreichste, wo wir uns mit Opferbiografie noch einmal zusätzlich ein bisschen intensiver beschäftigt haben und dann anschließend natürlich mehrere Besuche der Hubertusburg, sodass wir zum Ende hin einigermaßen ordentlich die Geschichte aufarbeiten konnten und wie wir hoffen auch ein Zeichen gesetzt haben. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren, wie die Nationalsozialisten mit für sie lebensunwertem Leben umgingen. Das bedeutete für hunderte Patientinnen und Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Hubertusburg Zwangssterilisation, Aushungern und Ermordung. Es war schon ergreifend. Man stellt sich ja immer wirklich nur die Zahlen vor und auch wenn man zuerst diese ganzen normalen Patientenakten haben, wo nicht einzelne Patienten mit Namen gelistet sind, sondern wirklich nur Zahlen stehen und dann erkennt man plötzlich, die hatte Beruf, die hatte teilweise Familie, war vielleicht sogar Mutter und wurde einfach aufgrund von Depressionen oder einer anderen Erkrankung, für die man ja eigentlich wirklich nichts kann, ausgeliefert, teilweise zwangssterilisiert und dann wirklich noch in KZs gebracht. Das ist schon hart. Mahnende und auch anklagende Worte fand der Chefarzt des Fachkrankenhauses Hubertusburg. Er unterstützte die Recherchearbeit der Schülerinnen und Schüler. Was wir gerne vergessen hinter den Massenmorden und so war es ja nun mal, steckte ja eine Ideologie, die Ideologie des Funktionsmenschen. Das heißt eines quasi Roboters, der nur Nutzen bringen darf und sobald er keine Nutzen mehr bringt, ist er wertlos. Und das ist ja natürlich eine Sichtweise von Menschen, die unerträglich aus der heutigen Sicht ist, die aber davor 100 Jahre gebraucht hat, um zu dieser Ideologie zu werden. Und wir vergessen das allzu leicht. Wir vergessen aber auch allzu leicht, dass eine Ideologie auch wiederholbar ist. Weil die Grundlagen ja nicht deswegen weg sind, nur weil ein Krieg verloren ist, sondern Grundlagen bleiben. Und das hinterlässt natürlich auch das Gefühl von Verantwortung. Und wir sind verantwortlich für das, was wir heute tun. Und wir dürfen deswegen auch nie Verantwortung derer nihilieren, die vor uns Fehler gemacht haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil die Glorifizierung von unseren Eltern und Großeltern, die mag für ein Kind in Ordnung sein, für einen Erwachsenen ist es infantil. Während der Veranstaltung verlegte der Künstler Gunter Demnig die Stolperschwelle für die ehemalige Landesheil- und Pflegeanstalt Hubertusburg, welche auf dieses schreckliche Kapitel deutscher Geschichte ganz in der Nähe hinweist. Wenn man so die Zahlen hört, so von den Euthanasie-Opfern oder auch allgemein den Opfern des NS-Regimes, man denkt immer, das war ganz weit weg. Oder man hat nie so die Verbindung, dass es gleich in der Region ist. Man sollte einfach mal in seiner eigenen Region rumgucken, was dort geschehen ist. Und das alles aufarbeiten, denke ich, das ist sehr wichtig. Und das nehmen wir auch mit, sodass es hier gleich in der Gegend von uns ist, so ein großes Verbrechen geschehen ist. Ja, und ich denke auch, dass wir mit der Stolperschwelle ein Zeichen gesetzt haben, vor allen Dingen auch in Sachsen. Ja, und natürlich auch, als wir die Spenden gesammelt haben in Oschatz, ist man doch auch auf Solidarität und auch Zuspruch gestoßen bei den Menschen. Aber zeitweise gab es natürlich auch Ablehnung einiger Menschen, aber überwiegend würde ich sagen Zustimmung. Musikalisch und mit der Niederlegung von Blumen endete diese Gedenkveranstaltung vor der Rezeption des Fachkrankenhauses Hubertusburg. Parallel zu dieser Stolperschwelle wird zukünftig noch eine Informationstafel an diese Zeit und an die Verbrechen erinnern. Gerade jetzt wieder zur Zeit, im Vorfeld der Euro 2024 der Fußball-Europameisterschaft, kennen viele, gerade besonders die Kids, das Thema Sticker sammeln. Das kann man jetzt auch bei Rewe ab 1. Juni nur dafür, für einen richtig guten Zweck. Und zwar sollen örtliche Feuerwehren unterstützt werden. Also auch in Grimma, die Ortsfeuerwehr von Grimma ab 1. Juni, die Sticker-Stars. Großes kündigt sich an bei der Rewe Schill-OHG in Grimma. Den Feuerwehrkameraden hier gibt es ab 1. Juni neben vielen weiteren in Form von Stickers. Der Rewe-Markt beteiligt sich an der Aktion Sticker-Stars des gleichnamigen Berliner Unternehmens und rückt damit ganz besondere Menschen der Region in den Fokus. Inhaber Florian Schill möchte etwas Gutes für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren vor Ort tun, die Tag ein, Tag aus für die Gemeinschaft bereitstehen, um in Notlagen zu helfen und Brände zu bekämpfen. Ja, regionale Unterstützung ist immer viel wert. Das machen wir sehr gerne, haben wir auch in den letzten Jahren schon gemacht. Und gerade zur Feuerwehr ist es mir eine Herzensangelegenheit, weil die brauchen wir alle, wenn es mal schlimm wird. Und deshalb, ja, feuerfrei. Feuerfrei. Der Kontakt zur hiesigen Wehr kam schnell zustande. Wir haben die Aktion schon bei vielen Feuerwehren in der Region gesehen und fanden das immer ganz cool. Und dann kam irgendwann der Herr Schill auf mich zu beim Einkaufen und sagte, habt ihr Bock? Und dann haben wir gesagt, los geht's. Und ja, es wird eine coole Aktion, denke ich. Grimmas stellvertretender Ortswehrleiter Max Richter hatte schnell die Kameradinnen und Kameraden um sich, die nun ganz gespannt auf die Kick-Off-Veranstaltung am 1. Juni hier bei Rewe und den Sammelstart ihrer Stickers blicken. Wir haben das ja mit einer Fotobox gemacht. Wir haben eine Fotobox bekommen, sodass jeder Kamerad sich da komplett kreativ ausleben konnte. Unsere Ortsfeuerwehren haben sich da tatsächlich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben und haben einen Fotografen organisiert und haben vor Attraktionen in ihren Ortschaften dort Fotos gemacht mit Gerätschaften. Und da sind tatsächlich einige coole Fotos zustande gekommen. Die Plakate liegen schon bereit. Bald werben auch Flyer und Sticker im Großformat für diese Aktion. Es gibt insgesamt 320 Stickers. Dazu gibt es ein Heft, wo man alles einkleben kann. Und Start ist dann der 1. Juni zum Kindertag. Da wartet passend zum Kindertag ein spannender Sammelauftakt mit Technik-Show, Speis und Trank, Kinderschminken und vielem mehr. Alles mit, aber vor allem für die Feuerwehr. Der Feuerwehr kommt der Erlös der Aktion zugute. Auch zum Kindertag haben wir eine Gastronomie. Die werden mit Grill und ein bisschen ein paar Getränken hier mit am Start sein. Und auch der Erlös wird der Feuerwehr zugutekommen. Ich möchte mich damit nicht bereichern. Wir wollen hier was Gutes tun. Und deswegen steht der Erlös da am Vordergrund. Sammelfreudige sollten sich bereit machen. An die Hefte kommt man bei uns ganz einfach an der Kasse. Man kann sie dort kaufen. Da ist ein Aufsteller, dort liegen die drin. Auch die Sticker kann man kaufen. Das Sammelheft kostet 5 Euro, die Sticker kosten 1 Euro. Der Zeitraum beläuft sich auf 10 Wochen. So lange kann man das käuflich erwerben. Auch zum Kindertag werden wir draußen einen Stand haben, wo wir sie draußen direkt verkaufen. Für Nachschub ist gesorgt. Sie werden das nicht ausgehen. Wir werden das Thema auch mit Tauschbörsen begleiten, sodass jeder sein Stickerheft auch voll bekommt am Ende. Ein Sticker mit dem eigenen Abbild. Die eigene Gemeinschaft in einem individuellen Sammelalbum. Für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr in Grimma, Hohenstedt, Döben, Skurtitz und Kaditsch sowie für die jungen Nachwuchskräfte aus Grimma, Döben und Höfgen wird dies bald Realität. Auch die Feuerwehr einfach nochmal in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, ja, wir sind da auch nicht nur, wenn es brennt oder wenn es ernst wird, sondern auch in der normalen Aktion vielleicht auch das ein oder andere Mitglied damit zu gewinnen und einfach mal die Feuerwehr bis sie wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Bald geht es los. Kick-off für die individuell kreierten Sammelhefte im Feuerwehrlook mit euren Stars der Region ist am 1. Juni. Der Kreissportbund hat einen neuen Vorstand gewählt. Das tut man traditionell auf der Jahresversammlung, die jetzt in Burna abgehalten wurde. Am Abend des 13. Mai hatte das Präsidium des Kreissportbundes Landkreis Leipzig zu seinem Kreissporttag eingeladen. Hier legte das Präsidium Rechenschaft ab. Außerdem standen die Neuwahlen des Vorstands und der Präsidiumsmitglieder an. Doch bevor es soweit war, gab es Blumen für Rainer Leibniz. Er wurde durch den Landessportbund Sachsen für sein Lebenswerk geehrt. Dafür gab es auch vom KSB Blumen. Zum Kreissporttag konnte Andreas Woder, der Präsident des KSB, die Vertreter der Mitgliedsvereine und Gäste begrüßen. Darunter waren der Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes, Christian Dahms, und im späteren Verlauf der Veranstaltung auch Landrat Henrik Reichen. Zu den Gästen gehörte ebenfalls Prof. Dr. Jörg Juhnholdt, der Direktor des Zoo Leipzig und Botschafter der Stadt Leipzig für die Fußball-Europameisterschaft in Leipzig. Vier Begegnungen werden in der Messestadt ausgetragen. Rund um das Ereignis rangt sich auch ein Rahmenprogramm. Da wird es zum einen auf dem Augustusplatz eine große Fanzone geben und im Zoo Leipzig das Stadion der Träume. Außerdem berichtete Prof. Dr. Juhnholdt darüber, dass die Seelöwen des Zoo Leipzig als EM-Orakel die Ergebnisse tippen werden. Das Training dafür läuft. Im Anschluss an den Gastvortrag legte Andreas Woder im Bericht des Präsidenten Rechenschaft über die geleistete Arbeit der letzten fünf Jahre ab. Diese stellten den Kreissportbund vor vielfältige Herausforderungen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, der Energiekrise und auch verschiedenen personellen Veränderungen. Trotzdem sei es dem KSB-Team im Ehren- und Hauptamt gelungen, zusammenzuwachsen. Dienstleistungsangebote des Verbandes wurden ausgebaut, sowie Beratungs- und Bildungsangebote weiterentwickelt. Außerdem wurden etablierte Veranstaltungen auf hohem Niveau fortgeführt, betonte Andreas Woder. Der Präsident lobte außerdem die Sportjugend des KSB, welche neue Projekte initiiert habe. Dabei äußerte er den Wunsch, dass mehr Vereine eine Sportjugend etablieren und Beteiligungsmöglichkeiten schaffen sollen. Auch auf politischer Ebene sei der Kreissportbund mit Abgeordneten und Regierungsvertretern über Vereinsthemen ins Gespräch gekommen und richtete konkrete Forderungen und Wünsche an die Politik, wie etwa das Thema Bürokratieabbau für ehrenamtliche Strukturen oder die Bildungsfreistellung für Weiterbildungen bzw. den Erwerb für Trainerlizenzen. Im Bereich des Schatzmeisters präsentierte Jens Köhler sein umfangreiches Zahlenwerk. Die Kassenprüfer bestätigten die Richtigkeit und empfahlen die Entlastung des Präsidiums. Grußworte überbrachten Landrat Henrik Reichen, der Hauptgeschäftsführer des LSB, Christian Dahms und der Vorsitzende der Sportjugend, Carlo Hohenstädter. Letztere warben für einen Endspurt zur Unterschriftensammlung für den Volksantrag zur Bildungszeit in Sachsen. Im Folgenden wurde das Präsidium entlastet und der Haushalt für 2024 beschlossen. Wolfgang Klinger, der langjährige KSB-Präsident, welcher bis dato als Vizepräsident im Vorstand tätig war und sich nicht wieder zur Wahl stellte, wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Auf eigenen Wunsch ist Christian Stricker ebenfalls aus dem Präsidium ausgeschieden. Er wurde herzlich verabschiedet. Einstimmig durch den Kreissporttag wurde die Satzungsneufassung bestätigt. Diese ist moderner und kürzer formuliert. Die Trennung von Hauptausschuss und Kreissporttag wurde aufgehoben. Der Kreissporttag findet nun jährlich statt. Die Legislaturperiode für Präsidium und Vorstand wird auf vier Jahre verkürzt. Nachwahlen sind möglich. Das sind einige der Änderungen in der neuen Satzung. Anschließend wurden im Einzelwahlverfahren das Präsidium inklusive des Vorstands sowie die Kassenprüfer neu bestimmt. Für die neue Legislaturperiode in den Vorstand gewählt wurden Präsident Andreas Woder, Vizepräsident Finanzen Jens Köhler sowie die Vizepräsidenten Barbara Lehmann, Michael Schramm und Philipp Loll. Die Vereine im Präsidium vertreten Simone Dögnitz, Siegfried Garnt und Jörg Böttcher. Petra Ertel wurde zur Gleichstellungsbeauftragten und Manuela Krause zur Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing gewählt. Renate Otto und Gabriele Herrmann sind als Kassenprüferinnen bestätigt. Damit ist die Dachorganisation für ca. 340 Sportvereine mit rund 40.000 Mitgliedern im Landkreis Leipzig neu aufgestellt. Das Wort zum Schluss gehörte dem alten und neuen Präsidenten Andreas Woder. Wie vielseitig das Angebot des Hohenstädter Sportvereins in Grimma tatsächlich ist, das konnte man jetzt am Pfingstwochenende wieder beim Pfingstturnier erleben. Selbstverständlich war unser Sportredakteur Heiko Sachse dabei. Alle Jahre wieder wird es im Säumesportpark an Pfingsten etwas laut. Gemeinsam treffen sich die Sportler des Hohenstädter SV, um bei ihrem Sportfest gemeinsam mit Familienangehörigen und Freunden sich bei sportlichem Wettstreit zu messen. Bereits am Freitagabend ging es auf dem Beachvolleyballplatz heiß her, bevor ab Samstagmittag das Areal um den Rasenplatz unter Beschlag genommen wurde. Während die Walker von ihrer Runde zurückkamen, die Kegler versuchten alle Neune zu treffen, suchten die jüngsten Fußballer des Vereins ihren Meister auf dem Kunstrasenplatz. Unter den Anfeuerungen des zahlreichen Anhangs wurde um jeden Ball gekämpft, bevor dieser dann meist erfolgreich im Eckigen untergebracht werden konnte. Fünf Teams spielten hier gegeneinander und erzielten in den zehn ausgetragenen Spielen immerhin 49 Tore. Team Ali sicherte sich mit zehn Punkten den ersten Platz. Ihnen folgten Team Reini, Team Uwe, Team Markus und das Team Lars auf den Plätzen. Während Fußballabteilungsleiter Silko Stein sich noch um den Spielplan der Großen kümmerte, konnten sich die erschienenen Gäste bei Kaffee und Kuchen, welchen die Sportfrauen reichten, oder bei frischgegrillten Kulinarisch verwöhnen lassen. Für die Jüngsten standen neben der Hüpfburg auch weitere Spiele zum Ausprobieren bereit. Bis weit in den späten Nachmittag hinein sollte das Fußballturnier der Großen laufen. Hier schnürten zum Beispiel die Old Stars, die Ü35 und die B-Jugend mit Freunden die Töppe. Aber auch die Hohenstädter Boxer stellten eine Mannschaft. In der Vorrunde und den sich anschließenden Finalrunden wurden mehr als 30 Tore erzielt. Dabei ließ Somanches frühere Fußballtalent nochmal alte Klasse aufblitzen. Das war's für die Jüngsten. Auch wenn manch Spieler es ernst nahm, so stand doch eher der Spaß am Spiel im Vordergrund. Bei einer Spielstärke von 1 zu 6 und einer Spieldauer von 12 Minuten wurde in den 18 zu absolvierenden Spielen hart, aber fair gekämpft. Die Mannschaft der Ü35, der 90er-Jahrgang und die B-Jugend mit Freunden sicherten sich am Ende eines langen Spurtnachmittags die ersten Plätze. Gemeinsam wurde bis spät in den Abend hinein das Geschehene des Spurtfingstfestes dann noch ausgewertet. Das, meine Damen und Herren, war es bereits wieder von der 04-Plus-Ausgabe am Freitag, dem 24. Mai 2024. Am Montag bin ich hier an dieser Stelle auch wieder für Sie da, ab 19 Uhr 04-Plus. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie einschalten. Bis dahin, kommen Sie gut übers Wochenende.